Vorbereitung für die Schauspielschule. Das ist ein großes Thema. Ich weiß, es gibt viele junge Leute, die wollen gerne Schauspieler oder Schauspielerinnen werden und wissen gar nicht wie, weil sie keine Erfahrung haben, logischerweise, oder weil sie auch niemanden in der Familie haben, der sich damit auskennt. Und ja, ich kann das verstehen, denn ich kann mich noch sehr genau erinnern, wie es war, als ich mich damals vor so vielen Jahren für die Schauspielschule vorbereitet habe und ich hätte mir so gewünscht, jemanden zu haben, der mir dabei hilft. Und jetzt komme ich ins Spiel. Also ich helfe euch, indem ich mit euch Rollen aussuche. Wenn man an die Schauspielschule gehen will, dann muss man nämlich zwei Rollen einstudieren, eine klassische und eine Gegenwartsrolle und man muss ein Lied singen. Aber kommen wir mal zum Lied. Ein Lied ist ja nicht immer nur ein Lied. Singen können viele. Wir sind nicht bei The Voice of Germany oder so, sondern wir wollen ein Lied interpretieren. Das heißt, warum singe ich das Lied? Singe ich das Lied, weil ich wütend bin und weil ich vor lauter Wut einfach nicht sprechen kann, also singe ich, wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Oder singe ich das Lied, weil ich total verliebt bin und in den Wolken schwebe und deshalb muss ich singen. Wäre auch eine Interpretation. Versteht ihr, was ich meine? Es ist nicht wichtig, wie ihr singt und ob ihr eine tolle Stimme habt. Das geht bei Schauspielern, das ist nicht wichtig für Schauspieler, sondern es geht darum, wie ihr die Dinge tut. Und genauso ist es mit den Rollen. Wir können uns unterhalten und ich kann euch beraten, was für Rollen könntet ihr nehmen und ich kann euch Monologe zusammenschreiben und ich kann mit euch das trainieren. Dann seid ihr sicher. Und wenn ihr in die Schauspielschule kommt und ihr habt dieses Vorsprechen, dann habt ihr ein Fundament und ein Gerüst für dieses Vorsprechen, was euch die Angst nimmt. Und darum geht es. Die Angst wegzunehmen und damit ihr euch frei fühlt und damit ihr voller Stolz und voller Freude eure Rollen spielen könnt. Die Angst wegzunehmen und sich die Angst wegzunehmen und sich die Angst wegzunehmen. Musik Musik